Hallo, schön, dass du hier bist bei der heutigen Folge und heute, wenn du diese Folge ganz zu Ende anschaust, hast du verstanden, was die Essenz von dem ist, was Buddha uns sagen wollte, wie wir glücklich wären, was Jesus sagt, was jeder Weisheitslehrer uns näher bringen wollte, was uns wirklich glücklich macht, was uns wirklich erfüllt, was wirklich Leben bedeutet. Wo du aussteigst aus dem Stress, aus der Unruhe, aus dem Kampf, aus der Hektik des Alltags, um wieder zurückzufinden ins eigene Leben. Nicht mehr, nicht weniger habe ich der heutigen Podcast-Folge gewidmet. Bevor ich losstarte, habe ich eine große Einladung an dich. Und zwar steht bald die Adventszeit vor der Tür. Und ich habe ein Geschenk für dich vorbereitet. Und zwar habe ich mich mit ganz vielen wundervollen Kollegen, also alles, was im deutschsprachigen Raum Rang und Namen hat, mach dort mit. Und zwar, dass du die Adventszeit statt gestresst, hetzend, unruhig, mit tausenden Gedanken diese Zeit wirklich besinnlich erleben kannst, zur Ruhe kommen kannst, bei dir ankommen kannst. Und zwar haben wir einen Adventskalender erschaffen, wo du völlig kostenfrei, das ist ein Geschenk von uns, wo du völlig kostenfrei jeden Tag einen Impuls bekommst. Dieser Impuls kriegst du in deinem E-Mail-Postfach, der dir helfen wird, wirklich zur Ruhe zu kommen und bei dir anzukommen. Meine große Einladung, der Link zu diesem Adventskalender, zu deinem Geschenk ist jetzt hier in der Beschreibung. Es gibt jetzt die Möglichkeit, dich dort einzutragen für diese Impulse. Ich freue mich riesig, wenn du dabei bist. So, lass uns losstarten mit der Essenz vom Glück. Ich möchte mich noch ganz kurz vorstellen, wie ich überhaupt dazu komme, darüber zu sprechen. Ich bin Peter Beer, ich bin Psychologe, ich bin mehrfacher Spiegelbestsellerautor über, ich habe einen Spiegelbestseller über Meditation geschrieben, einen Spiegelbestseller über Achtsamkeit und ich bin Gründer der Achtsamkeitsakademie. Und ich habe nicht nur im Westen einen Master in der Psychologie, sondern habe mich vor allem in die buddhistische Psychologie vertieft. Und für all diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass diese Reise auf der Suche zum Glück eine tiefst mir innenliegende Reise war, weil ich völlig im Leid, völlig im Kampf damals ausgebrannter Ingenieur war. Das heißt, bevor ich all diese Dinge machte, die ich jetzt in die Welt geben darf, war ich Ingenieur in der Automobilbranche und dort völlig gefangen. Und ich war dort an einem Punkt an meinem Leben. Könnt ihr es euch wirklich so vorstellen, ich wachte über Jahre, jeden Morgen um vier Uhr mit Panikattacken auf. Ich war getrieben, ich war gehetzt, ich war ständig innerlich unruhig, bis nichts mehr in meinem Körper sich bewegen wollte. Völlig ausgelagert, völlig ausgebrannt, völlig depressiv. Ich stand dann damals, habe ich mich wieder nach einer zwei-wöchigen Dienstreise aus meinem Bett geschleppt, gezwungen, um wieder in die Arbeit zu gehen. Und ich fand damals einen jungen Mann vor dem Spiegel mit dunkelschwarzen Augenringern, einer tiefen Traurigkeit. Und alles in meinem Körper hat damals gestehen, hey Peter, das ist nicht das Leben, so kann es nicht weitergehen. Und ich wusste aber nicht, wie ihr Leben funktioniert, ich wusste nicht, wie es weitergehen konnte. Und damals, das war so spannend, da kam dann ein einziger Gedanke, der war, was braucht es, um glücklich zu sein? Was braucht es eigentlich? Und das hat mich damals auf diese Reise begeben. Dann habe ich auch damals im Bachelor angefangen, Psychologie zu studieren, tausende Bücher geschrieben. Ich habe immer geschrieben, dann gelesen, habe alle Seminare besucht und habe dann eben zur buddhistischen Psychologie gefunden und zu den Lehrenbuddhas. Und so ist das, was ich jetzt in die Welt gebe, so die Essenz aus der buddhistischen Psychologie, aus modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen, durchs Eigenstudium, durch mein Team, das mittlerweile aus ein paar Psychologen und Pädagogen besteht. Und darum würde ich sagen, freue ich mich jetzt, die Essenz mit dir teilen zu dürfen. Und ich würde gerne dort starten, wo ich damals vor dem Spiegel stand, weil diese Momente vielleicht in abgemilderter Form kennst du auch, wo du dich in deinem Leben wiederfindest, mit tausenden Gedanken in deinem Kopf, was du nicht alles werden solltest, sein solltest, hinkommen solltest, allen gerecht werden, alles schaffen, alles tun, vielleicht einen Perfektionismus, vielleicht in dir eine emotionale Welt, voller Einsamkeit vielleicht, Traurigkeit, Frustration, Überforderung, Ängsten, vielleicht auch depressiven Gefühlen. Bei manchen ist Scham- und Schuldgefühl ganz stark ausgeprägt. Jeder hat dort seine eigene Laster, habe ich manchmal das Gefühl. Wenn ich mit Menschen arbeite, habe ich das Gefühl, sie haben einen so einen Schwerpunkt, wo ihnen unglaublich viel Leid das Leben bringt. Und ganz egal, welcher Schwerpunkt, es ist entstanden aus diesen Verletzungen, diesen Prägungen, diesen Traumata aus der Kindheit. Denn die Wahrheit ist diese, wir sind alle auf diesen Planeten einmal gekommen, mit leuchtenden, strahlenden, unschuldigen Augen. Wir waren in einer Seinsfreude. Das Leben als kleines Kind ist nicht schwer, außer wir erleben dort schon tiefste Traumata. Jesus hat es damals so schön gesagt, if you want to enter the kingdom of heaven, you have to become like a child. Wenn du ins Himmelreich kommst, darfst du wie ein Kind werden. Im Buddhismus heißt es Beginner-Mind, also Anfänger-Geist, im Zen-Buddhismus vor allem. Oder im Hinduismus heißt es, der kindliche Geist ist der erleuchtete Geist. All diese Lehren versuchen immer wieder aufs Gleiche zu deuten, und zwar, dass wir dem Leben wieder ganz unschuldig, ganz wach, ganz präsent begegnen können. Es bedeutet, dass wir wieder hier in diesem jetzigen Moment zurückfinden. Dort, wo das Leben stattfindet. Denn die Wahrheit ist folgende, und vielleicht siehst du es nicht, weil du selbst in dir drinnen bist. Die meisten Menschen sind völlig abgeschnitten von ihrem Körper und völlig absorbiert im Denken. In diesen geistigen Prozessen, in den inneren Bildern, in den Sorgen, in dem Grübeln, in dem Hetzen, in dem Tun, in dem Machen. Sie wissen gar nicht mehr, sie haben gar keinen Zugang mehr zu dem, dass der jetzige Moment, wenn wir in voll und ganz Leben, freudvoll ist. Eine Seinsfreude da ist. Die meisten Menschen, wenn die Augen schließen, und es erinnert mich an meine Schwester, als ich dann damals intensiv die Meditationspraxis begonnen habe, also so Wochen und Monate lang, 12, 14 Tage in Retreats gesessen bin, 14 Stunden pro Tag über Monate in Retreats gesessen bin, hat meine Schwester immer mal gesagt, hey, das mit der Meditation, das scheint ja echt was zu verändern bei dir. Und jetzt habe ich das auch mal ausprobiert, aber das funktioniert bei mir nicht. Sondern wenn ich die Augen schließe und versuche zu meditieren, dann habe ich dort nur lauter Gedanken und schwierige Emotionen und eigentlich ist das das, was ich ja eigentlich nicht will. Und das ist vollkommen richtig. Denn die meisten Menschen, wenn sie innehalten und einmal in ihrem Körper spüren, erleben sie dort Enge, Druck, Anspannung, Unruhe, schwierige Emotionen oder sie fühlen gar nichts. Und dann kommt da jemand um die Ecke, der in einem Podcast sagt, hey, dein grundlegende Wesensnatur ist glücklich und das Glück ist im jetzigen Moment. Und dann versuchen wir das und dann denken wir, hey, fuck, bei mir nicht. Und es spiegelt auch eine Studie aus den USA wieder, die gezeigt hat, dass 50 Prozent, also jeder Zweite, der einmal Meditation im Leben ausprobiert, nie wieder meditiert. Und die Aussage ist immer der gleiche, bei mir funktioniert es nicht. Weil wenn wir eine Vorstellung im Kopf haben, okay, wenn ich jetzt meditiere, wenn ich achtsam lebe, dann ist irgendwie das ganze Glück, dann ist doch das da, was Buddha uns gelehrt hat, was die Weisheitslehren uns gezeigt hat, was diese tausenden Studien angeblich zeigen, dass ich mich besser konzentrieren kann, dass ich jünger bleibe, dass ich glücklicher werde, dass ich resilienter werde, dass ich gelassener werde, all diese Dinge. Aber was ich spüre, wenn es Unruhe, es Schwere, es Frustration, es Traurigkeit, sind die Ängste vielleicht, sind die tausenden, tausenden Gedanken. Und da gibt es eine schöne Geschichte aus dem Zen-Buddhismus. Und zwar kam ein Schüler zu einem Zen-Meister und fragte, hey, Zen-Meister, wie schaffe ich es, dass in meinen Körper Ruhe einkehrt? Wie schaffe ich es, dass in meinen Geist Ruhe einkehrt? Ich bin so getrieben, ich bin so gestresst, ich bin so unruhig, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und der Zen-Meister hörte ihm sanft und entspannt zu und nickte und lächelte, deutete auf den See, auf den Teich vor seinem Häuschen und sagte, geh eine Stunde lang, wild und wutentbrannt durch diesen Teich, stopf auf und ab. Und der Schüler nickte, etwas verwundet und sagte, okay, das mache ich. Ging in den See, zog seine Hosen nach oben und stapfte rauf und runter, rauf und runter. Und der Schlamm wirbelte auf und alles kam dort drin zu Unruhe. Und nach einer Stunde kam der Zen-Meister zum Schüler, lächelte und fragte ihn, wie schaffst du es, dass der Teich wieder klar wird, dass du klar auf den Grund des Bodens sehen kannst. Und der Schüler blieb stehen und der Meister lächelte. So, was ist da passiert? Naja, die Essenz dieser Zen-Geschichte ist, dass es Zeit braucht, damit sich diese inneren Dinge, die in uns aktiviert wurden, die inneren negativen Programme, die inneren kleinen und großen Traumata, die innere Unruhe, die inneren Gedankenwelt, all das braucht Zeit, damit es in die Ruhe zurückkommt, wie eine Schlammschicht, die langsam nach unten sinkt, um klar sehen zu können, um die Welt wieder sehen zu können, wie sie wirklich ist, und wie das sind diese Seinsfreude, in diese Leichtigkeit, in diese Wahrheit, in diese Offenheit zurückzufinden, müssen wir durch dieses Zeug durch. Und durch dieses Zeug durch bedeutet es, voll und ganz anzunehmen, zu erlauben, dass es da sein darf. Jede ganze Bewegung des Schülers im Teich würde wieder Schlamm aufwimmeln. Und so ist es bei uns auch, wenn wir gegen unsere inneren Welt kämpfen, wenn wir sie nicht wahrhaben wollen, wenn wir davor weglaufen, wenn wir sie versuchen im Außen zu kompensieren, wenn wir irgendwie im Kampf sind, kreieren wir nur mehr davon. Und je häufiger wir Achtsamkeit praktizieren, Meditation praktizieren, Je stiller wird unser Innenwelt. Das Geschenk eines achtsamen und meditativen Lebens ist Frieden und Freude und Liebe. Das ist das Geschenk. Und jedes Mal, wenn wir aufrichtig, voller Imbrunst, die Emotionen, die in uns zirkulieren, erlauben zu sein, dann kann sich unser System befreien. Du musst dir das so forschen, wie wenn dein Körper ein Energiesystem ist, was ja auch jede Weisheitslehre uns versucht mitzugeben. Ob es jetzt die traditionelle chinesische Medizin ist, ob es Ayurveda ist, ob es Yoga ist, alle, jeder nennt diesen Körper Energien anders. Aber jeder beschreibt sie. Und was ist Energie im Körper, die fließen möchte? Also wir Menschen können sich nicht mehr fließen lassen, weil wir tausend Programme haben. Oh, ich darf mich nicht so fühlen, es soll nicht sein, wir sind im Verdrängen, im Kämpfen, im Tun. Und dann kann diese Energie in uns nicht fließen. Und dann blockieren wir diese im Körper. Und es ist so, als ob du, stell dir vor, nimm mal deine Faust. Wenn du deine Faust festbeißt und richtig zusammendrückst, dann kannst du das vielleicht 10 Sekunden so halten. Oder eine Minute. Oder wenn du richtig stark bist, kannst du die Faust für 5 Minuten halten. Aber irgendwann mal gelingt es dir nicht mehr, weil es so viel Energie kostet. Und wenn du erhellig in deinem Körper spürst, wie verspannt ist dein Nacken, wie verspannt ist deine Hüfte, wie angespannt ist dein ganzes System, wie viel Energie verschwenden wir und gleichzeitig blockieren wir den Fluss unserer Energie im Körper, weil wir innen so hart geworden sind. Und es kann nur wieder in den Fluss kommen, wenn wir innerlich Ja zu diesen Emotionen sagen, Ja zu uns selbst sagen, wirklich dem ein Ja geben. Ich erlaube jetzt diese Gefühle, die ich habe zu fühlen. Ich sage Ja zu ihnen. Ich nehme mir Zeit für diese. Ich erlaube den inneren Fluss, dass er fließend kann. Schade, das Absurde ist doch das. Dein Körper kann hervorragend alles von selbst. Er verdaut von Salz, er lässt das Herz schlagen von selbst. Er regeneriert. Ich habe mich vor ein paar Tagen am Herd richtig gebrannt. Da stand so eine Brandnarbe und jetzt heilt sie langsam. Dieser Heilungsprozess, ich mache da gar nichts. Das passiert von alleine. Es ist ein Wunderwerk. Ein Wunderwerk, dieser Körper. Er könnte alles, aber was wir Menschen machen, ist, wie wenn ich jetzt bei dieser Wunde ständig kratzen würde. Wie wenn ich ständig wieder aufkratzen würde. Dein Körper ist bestrebt zu heilen. Dein Körper ist bestrebt in die Harmonie zurückzukehren. Und die Natur hat das Streben zur Balance, zur Harmonie. Ich fand das in der Corona-Zeit so schön, als alle Flugzeuge still am Boden bleiben mussten, der Verkehr zu mir liegen kommen musste, hatte die Natur für einen kurzen Moment diese Zeit aufzuatmen. Die Delfine sind nach Venedig zurückgekommen. Die Natur wollte sich regenerieren. Man hat richtig gemerkt, wie wieder alles im Aufatmen ist, bis natürlich der Mensch wieder angefangen hat, es zu kontrollieren, zu klammern, zu kaputt zu machen. Und genauso gehen, wie wir mit der Welt umgehen, gehen wir mit uns selbst um. Wir erlauben dem Fluss nicht zu fließen. Der Körper wird sich hervorragend selbst reinigen, von diesen Emotionen befreien, wenn wir ihm die Zeit geben würden, wenn wir ihm die Erlaubnis geben würden. Und dieser innere Reinigungsprozess, diese innere Arbeit, das ist Arbeit, das ist eine Befreiung von schwierigen Emotionen aus unserem System, führt dann dazu, dass wir immer mehr und immer wacher und immer bewusster diesen jetzigen Moment erleben können. Wo du zum Beispiel jetzt kannst, wenn du einfach meine Stimme hörst und die Stille zwischen meinen Worten, wo du ins Fühlen kommst, erlaubst, dass alles da sein darf, wo du voll und ganz in diesen jetzigen Moment eintauchst und nicht geistig, wie du in die Zukunft gehst, in der Vergangenheit hängst, weil die Wahrheit ist folgende und die ist für viele zu Beginn sehr schwer zu verstehen. Es gibt keine Zukunft und es gibt keine Vergangenheit. Es gibt nur das Jetzt. Du kannst nicht in der Vergangenheit leben und du kannst nicht in der Zukunft leben. Du kannst nur jetzt leben. Du bist nur jetzt hier am Leben. Alles, was du hast, alles, was du jemals haben wirst und jemals gehabt hast, ist der jetzige Moment. Und doch machen wir diese geistige Akrobatik und versuchen ständig in die Zukunft zu denken, was passieren könnte oder hängen mit Gedanken und vergangenen Erfahrungen fest und verpassen dadurch völlig, was jetzt ist. Vollkommen. Vollkommen. und wir verpassen dadurch das Leben und wir verpassen dadurch, weil wir aus unserem Kopf nicht rauskommen, ins Leben, verpassen wir das Schöne, das Stille, das Zarte, das Freudvolle. Wir spüren nicht mehr die Sonnenstrahlen auf unserer Haut. Wir genießen nicht mehr den Tee oder den Kaffee. Wir schlingen das Essen einfach runter anstatt jeden Bissen diese Geschmacksexplosion in unserem Mund wahrzunehmen. Das Leben bietet jede Millisekunde tausende Erfahrungsmomente, die wir verpassen, weil wir absorbiert sind im Denken und beschäftigt sind mit dem Kämpfen. Absurd. Völlig absurd. Wir haben verlernt, wie Leben funktioniert. Und dieser Podcast, dieses Format hier, ist eine immer wieder Einladung und Erforschen und eine gemeinsame Reise, wie wir beide, du und ich, zurück ins Leben finden können. Also, wo das Wesentliche, das was zum eigenen Wesen wirklich wichtig ist, was ihm entspricht, was Leben bedeutet, wie den Mittelpunkt gestellt wird. Und es ist ein Prozess. Und heute ist eine Folge, die dich inspirieren soll. Inspirieren soll, dass du wieder dir klar wirst, dass das Glück nicht in den Dingen liegt, das Glück nicht im Außen ist, das Glück, die Freude ein Grundzustand deines Wesens ist. Und zu diesem Grundzustand findest du nur zurück, indem du im Teich still stehen bleibst, indem du den Moment wieder voll nimmst, indem du den inneren Fluss erlaubst zu fließen, indem du auferständig im Geist irgendwo rumzujagen und Akrobatik zu betreiben in der Zukunft, wenn du einfach hier bist. Das ist eine Training des Geistes und eine Arbeit im Körper. Und eine immer wieder entstehende Entscheidung, hier zu sein. Und ich werde nicht müde werden, jede Woche hier eine Folge zu bringen, die dich einlädt, dort dran zu bleiben. Das ist mein großes, mein großes Überlaufen des Herz, das das geschenken möchte. Und dann nochmal auch die Einladung. In der Adventszeit, Advent kommt ja aus dem Lateinischen und heißt so viel wie ankommen, bei sich ankommen. Und darum haben wir diesen Adventskalender kreiert, damit du in dieser Adventszeit wirklich bei dir ankommen kannst. Und nicht im Stress, in der Hektik, im Hetzen, im Tun, in irgendwelchen Konsumscheiß, der doch keinen glücklich macht. An die wesentlichen Dinge. Das heißt, du bekommst jeden Tag ein Geschenk von mir und zwar einen Impuls, wie du Achtsamkeit leben kannst. Und nicht nur von mir, sondern von den größten und tollsten Kollegen hier aus dem deutschsprachigen Raum. Alle haben sich Zeit genommen für dich. Und das ist ein großes Geschenk. Und darum ist meine heutige Frage und Einladung, hast du Lust, den Adventskalender erstens dabei zu sein und ihn zu teilen, also mit deinen Lieben und deinen Freunden? Lass es uns zu etwas Großem machen. Und ich bin überzeugt, wenn wir anfangen zu praktizieren, wenn wir wieder erkennen, oh, das Leben ist hier im Jetzt und ich kann dort voll eintauchen, ich kann es voll nehmen und ich kann mich dem voll hingeben und das ist so schön, so schön. Dann inspirieren wir andere damit und wir finden alle zu einem harmonischeren Miteinander. und das brauchen nicht nur wir, sondern das braucht unser Planet. Also heute meine große, große Einladung an dich. In der Beschreibung ist ein Link. Der ist für dich. Der geht zum Adventskalender. Trag dich dort ein und teil ihn mit jedem, der dir über den Weg läuft, deinen Kollegen, deinen Freunden, deinen Liebsten, deiner Familie, deinem Partner. Teil es mit allen, denn das wird in Großart die Aktion werden, die Tierhilfe zur Ruhe zu kommen, bei dir anzukommen und diese Zeit wirklich besinnlich zu erfahren. Das ist dieses Jahr besonders wichtig. In diesem Sinne freue ich mich, dass du hier bist. Ich freue mich, dich im Adventskalender zu treffen. Bis zur nächsten Folge. Dein Peter Bär